So, heute haben wir eine wunderschöne Davi Rundbiegemaschine. Vier Walzen, drei Meter lang, mit einem hydraulischen Oberarm, Stützarm und hier unten auch eine hydraulische Unterstützung auf der einen Seite. Die Walzen haben leichte Spuren, aber keine tiefen Riefen. Also eigentlich sollte das bei den normalen Blechen keine Spuren hinterlassen. Das ist alles okay. Wir haben ein hydraulisches Klapplager. Die Oberwalze lässt sich hydraulisch hochfahren. Die beiden Seitenwangen kann man hochfahren. Der Hersteller ist Davi aus Italien. Jetzt zeigen wir einmal die Funktionen. Das Lager oben. Dann haben wir den Stützarm. Dann haben wir da oben das hydraulische Lager. Als Unterstützung. Die beiden Walzenantriebe, also Ober- und Unterwalze sind angetrieben. Dann kann ich die untere Walze natürlich hydraulisch zustellen. Das seitliche Walze auch. Dann habe ich noch das hydraulische Klapplager. Dafür muss ich die Unterwalze wieder ein bisschen runter machen. Dann funktioniert auch das Klapplager. Dann kann ich die Klapplager. Dann läuft die Klapplager. Untertitelung des ZDF, 2020